Hallo, mein Name ist Zinobi und ich bin süchtig. Hallo, mein Name ist Memento Mori und einmal im Ferienlager... Nein. So, Micha, stell ich du vor. Ja, ich bin der Micha. Ich bin der einzige Deutsche hier. Deutsche, auch genannt. Bivke. Ich darf mitgehen. Bivke. Du darfst, ja. Ausnahmsweise. Ich glaube, du hast Memento Mori mal eine Blockflöte ausgeliehen oder so. Irgendwie war das. Im Ferienlager, ja. Ja. Das weiß ich noch. Das habe ich in mein Hello Kitty Tagebuch geschrieben. So, jetzt geht's los. Ah, wieder die gleiche Karte. Ich bin gar nicht in eurem Team, kann das sein? Doch, der Zinobi ist da links. Okay. Ah, da steht sie. Match startet in 19 Sekunden. Zinobi. Nein, in 15 Sekunden. Nee, in... 10 Sekunden. Ja, du lagst. Du lagst. Wieder lauter... ...spitialisten und aufklären, ne? Ich bin der einzige Stoßtrupp. Auf beiden Seiten. Ich muss der Beste im Stoßtrupp werden, ne? Ja. Gut für mich, ne? Was ist denn Swagalicious? Swagalicious. Swagalicious? Kannst du den Swag? Swag! Swagalicious. Ich wollte irgendwas übern Haufen walken. Ja, wir greifen uns erst dann. Wuuu. Ich rutsch mir mal deinen Arsch ab. Wuuu. Wuuu. Wenn's schießt... Wenn's rutscht und schießt, geht voll die Loots hier ab. Wahnsinn, ne? Wuuu. 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 Keiner von ihnen ist 13. Wuuu. Weiß nix. Ne. Guck mal im Match. Wuuu. Wir haben ihn A-Punkt schon fast. Wuuu. Wuuu. Anhand der... ...weil so viele Aufklärer da sind... ...sink glaube ich die meisten 13. Ach, das war wieder nur das Warm-Up. Ach, kass. Warme. Für Warme ist das das, die Aufhebenrunde. Ja. Warme Aufhebenrunde. Wuuu. 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 Auf hinten bei A kommt einer. Angelaufen. Ja Leute, wo seid ihr denn? Ey, was kappelt denn hier in der Base rum? Komm doch mal auf den Punkt. Ja, keinen Stress. Ja, ich muss ja wieder die Zweier-Serien machen. Wir werden schon wieder fast runter gesprungen. Wuuu. Hast du irgendwie eine selbstmörderische Ader heute? Ja. Jui Zinobi. Ich hab mich auf Zinobis Gesicht gesetzt. Ich. Hauptsache, du hast die Punkte jetzt irgendwie abgestaubt. Ja. A-Punkt. Der A-Punkt. Ach, Mensch. Leute. Piratenkodex. Cool, wenn man zu dritt im TS ist und jeder rennt für sich. Piratenkodex. Was los ist? Hier gibt's keinen Piratenkodex. Ich hab ne 3-Eliminierungsserie. Wenn du alle von mir abstaubst. Ja. Brennt einer mit nem Schild. Hahahaha. Durch den. Den kannst du abstauben. Wieder einmal. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich nur meinen B-Punkt einnehmen. Ich hab leider grad nachgeladen deswegen. Ja, ja. Ist schon recht. Der Wegli. Pass auf. Da ist irgendwo ein Sniper da vorne. Hüt' mir vor. Hüt' mir im Schild. Warte, ich lade noch auf. Jetzt. Zauber! Das war schön. Da war nur eben wo einer. Da unten ist er. Ah, hinter uns! Eieiei! Das darf nicht passieren, Leute. Ja, schaut noch ganz gut aus. Ja, ja. NEIN! Das Crack-Monster! so jetzt stimme ich mal zum b-punkt ich habe schon acht eliminierungen ich will nicht angeben aber ich bin besser gescheiden du bist ja es ist so seine art hat hat mir auch voll einen an den kopf gelassen Gar nicht schön gewesen jetzt Nee, gar nicht schön Besser werden Einiges, ja Uh Dann treffe ich ihn nicht, ärgerlich Vielleicht gebe ich euch jetzt mal ein bisschen Backup von oben Sniper euch Geben wir mal ein wenig Backup von oben Soll ich snipern oder wie? Ganz gleich Snipert worden Von irgendeiner Seite kommen gleich Sniper Wer auch immer bei mir ist, Grundlinie Welche? Ja Habe ich Sind aber zwei Stück oder so Ja, ich habe nur mal 88 Schuss, ich glaube ich muss nachladen Ja, da habe ich umgerannt, schießen rum Schießen rum Schießen rum Schießen rum Schießen rum Wo ist die Vorarbeit? Wo? Ja, ich bin der Vorarbeiter Muss besser werden Muss besser werden Ja, richtig Ja, richtig Ja, richtig Ja, richtig Ich bin der Vorarbeiter Ich bin der Vorarbeiter Ich bin der Vorarbeiter Ja, da unten Da unten ein Ding bei uns Das heißt, der Sniper da unten Sauber Weggerockt Kann man eigentlich in den Tower durch das Glas auch schießen? Nee Oh nein Todesmutig bin ich reingesprungen Ja Er weiß eh wo er sitzt Ich röchle dich Ich werde das Köpfchen massiert Woll Martin Haha Der kommt mal rein Der kommt mal rein Ja, wenn es Schweine Hat er schon in die Pfanne mehr gerockt Kriegt Oh, ich habe keine Munition mehr Das heißt, ich sterbe jetzt Das heißt, ich sterbe jetzt Heldentod Mhm Au Wieder 20 Schuss Au Mann ey Warum gucken die nur auf... Aber der macht ja auch gleich mal zwei Heldern, dieser Fortuno Jawoll Überlebenskünstler Medaille Zwei aus der ersten Runde, ne? Bester Spieler Gruppe 2, höhö Für den dünnsten, ne? Ja, für den längsten Und dünn Und das geht's jetzt, nicht? Ey, er ist zwar klein Aber dafür dünn Ja Aber dafür besonders dünn Der ist nicht besonders lang, aber dafür besonders dünn Ja Pass auf, da sind ein paar Aha Scheiße Was? Ah, hinten Von hinten Was kommt denn denn her, man? Oben, 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 hier Ja, ich habe ihn leider nicht Halt's Maul Ja, da sind alle drei weg, ja Wie bescheuert, ne? Flämen wir mal Ja, wir sind aber auch schön blöd, ne? Hehe Ja Ja Verlieren, verlieren werden wir jetzt nicht, ne? Ja, das war schon eine Meisterleistung von uns Sagen Hier links Da ist einer Da ist einer Da war einer Ja, gut gemacht Hehe Ja, Leeroy Ja, Leeroy Oben, 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 mach auf, Philipp Eben, ein Schutzschild Soll runterkommen Soll runterkommen Zu Arm ist's, ma, ganz schnell Was ist denn, wenn das Näschen juckt? Dann müssen wir trotzdem zu A Nein! Und ich lade gerade nach B wird uns jetzt weggenommen, ja, aber B nicht Los, 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 los! Das zeigt nicht gut aus bei B B wird gerade wieder von uns übernommen, ne? Okay, komm hin Das heißt, unsere Leute sind eh dort Boah, den hab ich gehaftet, der ist wie ein Hase gehoppelt, Junge Jaja, aufgehäber, der ist nun links und rechts Ja, wir haben weggewonnen Das war geil ey Der ist wie ne Hase, der links und rechts hat die Haken schlagen Jawoll! Ich hab noch gesehen.